Ja, bei der Prognose, ich wusste, okay, ein Burnout, ich musste zuerst lesen, was ist ein Burnout. Weil für mich, als traditioneller Patron, ein Burnout war nur für die anderen, nicht für mich. Ja, mein Leben war sehr, sehr erstrengend, aber mit grossen Leidenschaften. Ich hatte mit drei Kindern sehr viel Spass, Familienspass, ich habe immer sehr viel Investitionen für die Familie. Und in der Firma, es war der grosse Boom von den grossen Bordeaux in der Schweiz. Ich war wirklich sehr, sehr aktiv, aber mit immer das Positive, immer Freude und immer viel Energie. In zwei Jahren habe ich alles verloren, also sehr viel verloren. Und plötzlich war das Spiel nicht mehr sehr lustig. Das Spiel war, meine, war defensiv. Ich konnte am Nacht nicht mehr gut schlafen, dann habe ich, ich bin angestiegen mit Schlafmitteln. Und dann war ich ein bisschen depressiv, habe ich Tabletten genommen gegen die Depression. Von einer Minute zu der anderen, ich konnte nicht mehr lesen. Ich konnte lesen, aber ich konnte nicht mehr verstehen, was ich gelesen hatte. Nach drei Tagen war ich beim Arzt und er hat gesagt, Herr Pauli, Sie sind sehr, sehr schwer Burnout. Ich möchte Ihnen in eine Klinik sofort platzieren. Und es war gerade im Juni vor den Schulferien und ich wollte unbedingt mit meinen Kindern und den Familien in den Ferien. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht in die Klinik, aber okay, ich höre auf zu arbeiten. Dann habe ich das Ganze in der Firma ziemlich rasch organisiert. In einer Woche habe ich gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich werde drei Monate nicht mehr zur Verfügung sein. Ich bin in den Ferien gegangen. Meine Frau war absolut fantastisch, hat mich immer unterstützt. Und sobald meine Kinder verstanden haben, dass ich krank war, sie waren auf meiner Seite. Und das hat mir sehr viel geholfen. Sie hören auf zu arbeiten, keine Arbeit mehr. Aber ich konnte nur arbeiten. Ich habe mein Leben lang nur gearbeitet. Was machen Sie, wenn Sie plötzlich zu Hause sind und alles ist, 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 haben Zeit, aber keine Lust auf nichts. Und ja, ich war wirklich sehr betroffen. Weil mein Burnout war wirklich eine Überlast von Arbeit. Ich war wirklich tot. Und wenn ich alles verstanden habe, war richtig, ich sage, ich war am Boden, ich konnte nicht mehr raus, bis ich ein bisschen weniger müde war. Und nach dieser Müdigkeit konnte ich einmal wirklich studieren, was willst du ins Leben. Und heute habe ich andere Werte entdeckt. Heute kann ich ein bisschen weniger arbeiten, gehe ich viel in Urlaub, spiele ich ein bisschen Golf. Da habe ich Freude mit den Kollegen und ich merke, ich brauche mich nicht, mich zu töten am Arbeit. Es funktioniert auch mit anderen Sachen. Ich denke, heute mein Burnout war die große Chance in meinem Leben. Weil heute, ich weiß, alles ist relativ. Es kann immer alles passieren. Es hat mich, die positive Energie schätze ich heute viel mehr. Vor meinem Burnout haben wir viele Leute verwarnt. Du bist zu müde, du machst zu viel. Aber wenn sie in dem Zug sind, sie hören nichts. Ich habe nichts gehört. Und im Gegenteil, jeder Ratschlag war für mich peinlich. Ich habe gesagt, habe ich keine Zeit. Will ich nicht. Ich war in meinem Modell. Ich würde sagen, wenn Sie spüren, Sie sind an Bord vom Burnout, machen Sie eine Pause. Ohne jemanden gehen Sie irgendwo, zwei, drei Tage, um zu überlegen, in absolute Ruhe. Ohne Nattel, ohne Fernsehen, ohne nichts. Und nur, um euch selbst zu wirklich ein bisschen wieder und fragen Sie euch, wer bin ich und was soll das. Und dann müssen Sie die Konsequenzen ziehen.